Wer seid ihr? Ich bin Jasmin. Ich bin Lenya. Und ihr habt das Meet in Greek gewonnen? Ja, mit Dominic Bücher. Was habt ihr dafür machen müssen? Wir mussten auf der Internetseite von Radio MK so was ausfüllen, warum wir ihn gerne treffen würden. Und ja, ich darf ja eine Freundin mitnehmen und deswegen kommt sie mit. Und warum wollt ihr ihn treffen? Ja, weil ich hatte schon für DSDS zwei Markaden und da konnte ich beide Male nicht hin. Ich fand ihn auch total interessant. Habt ihr euch schon besondere Fragen überlegt? Ja, so ein paar haben wir schon. Na, die möchte ich jetzt gerne noch hören. Ja, zum Beispiel was es mit dem Erfolg bei ihm ist. Ob er findet, dass ihn das verändert hat oder er die Leute so um ihn herum, so seine Freunde. Ob sich da irgendwie was verändert hat dadurch, dass er jetzt gespielt ist. Und wie ihm das bei DSDS und so gefallen hat. Ist das euer erstes Come Together? Das dritte. Was gefällt euch denn hier immer so besonders, dass ihr jedes Jahr hierher kommt? Die Stimmung, dass es nicht ganz so viele Leute sind. Das war so ein bisschen auch nicht so schön. Und es sind immer so viele verschiedene Bands da und das ist echt cool gemacht. Ich auch.